Hi! Kevin ist wieder mal hier ohne Flo! Nein, ich bin auch da! Lucky Way! Ja, wir spielen heute mit Kevin Lucky Way, weil Kevin wollte mal mit Lucky Way spielen. Dann sagt er mir, ja komm, Kevin ist eh nett. Zocken wir mit Kevin, außer für Zuschauer, der Kevin will Schule wechseln, der will auf so ein komisches Gymnasium gehen und wenn er aufs Gymnasium wechselt, dann ist er nicht mehr nett. Ja, Kevin. So, wie viel Gold deppel hast du? Ich hab die Blume 2. Schön. Ich hab'n Sharp Diaschwert. Krass. Ich hab'n Killerkaninchen. Und ein extra Herz. Killer-Webbit hatte ich auch schon. Angriff oder Verteidigung? Ich ne... Ah. Ich weiß nicht, wie viel Attack-Damage das macht. Yo! Kevin, ich hab'n Brustpanzer, der einfach Sharpness 10 hat und Protection 3. Ja, ich hab'n noch ne Blume. Stolz auf dir? Ich nicht. Ich glaub', das ist Teamrunde. Ja! Soll' ich dir ne Blume da geben? Ja. Äh, wenn's ne Teamrunde ist, gibst du mir Blume. Wenn nicht, dann nicht. Hm. Für die Zuschauer, wir nehmen das wir immer um ne menschliche Zeit auf. Um 22 Uhr. Das geht's sogar wirklich gerade. Trostig. Die Uhrzeit geht's sogar wirklich noch. Trostig. Ja. Der dürfte Vergiftung geben. Yo, TNT. Jo, noch ne Blume. Ich hab' keine Blume. Oh nein. Nein. Bist du auch da runter? Nein! Einfach das Modul. Das ist so langweilig. Das hat mich genervt. Welches? Ähm. Ich weiß nicht, welches. Das ist auf jeden Fall. Das ist Eis und da drüber Seelensand. Das heißt, das ist das Langsamste, was es gibt. Hm. Und das mag ich da in dem Modul nicht. Junge. Hast du schon das Eisenblotzen Modul da gemacht? Ja. Ich bin bei Modul 12. Ey, wir haben einen coolen Menschen in der Runde. BVB Timo. Timon. Der Junge ist Kohl. Hm. Was ist das? Rotes Stern. Ähm. Davon gibt's mehrere. Welche Farbe hast du? Lila. Aber ich weiß nicht, was der Lila da macht. Ich weiß. Da steht da. Ähm. Sprengt die Spieler auch bei Aufprall in Lilo. Das ist nicht Lila, das ist Schwarz, Kerl. Nein, bei mir ist es Lila. Dann hast du komisch. Ah, hast du das Texture Pack nicht gedownloadet? Baust du Schwämme oder Lack die Blöcke ab? Schwämme. Ja, okay. Du hast das Texture Pack nicht drinne. Weil ein Texture Pack sind das Sterne, die schwarz sind. Ja, Mann. Ein Diablock. Freu dich. Ja, ne Diahanisch. Ich hab das gleich wie du. Die Diahanisch. Ja, nur ich weiß nicht, ob ich mal die für den Kampf nutzen sollte. Ich zieh meine lieber an. Ja, ich auch. Ja, ich hab auch jetzt ein eigenständiger. Ach nein. Was denn? Ich bin jetzt auch bei dem Sandmodul. Gut, Kevin. Nein. Ich kann beenden. Nein. Ich baue noch hier drum die Lacky Blöcke und dann bin ich extra so nett und lass dich noch kurz. Weil der weiß, dass ich ein netter Mensch bin. Sind hier irgendwo sonst noch Lacky Blöcke? Ja krass, ich hab nen Bogen. Schießt TNT Pfeile. Ich krieb mich schonmal. Ich hab Edgar. Was bringt Edgars? Nix. Ja. Anrufsraumspieler, drei negative Effekte und Blank ist unberechenbar. Kevin, ich beende ihn. Nein. Doch, um 4.30 Uhr beende ich. Also da. Bei der Zeit. Das heißt, du hast jetzt noch 30 Sekunden. Warte. Junge, ich krieg voll die Lederrüsten. Musst du schon beenden. Nö. Ich kann auch weiter warten. Ja, aber wenn wir... Ich weiß ja nicht, ob das... Wow, 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 wow. Hier sind welche, die unsichtbare Finger haben. Einfach nur Äxte? Ja. Ja, hatte ich auch. Die sind dumm. Einen hab ich getötet? Ah. Was für ich bin wieder tot. Es sind noch vier Minuten. Und drei Leute sind beim Modul 17. Also entweder sind die beim letzten Modul oder stehen auch schon vor dem Ziel. Hm. Ich glaub, dieses Video kommt, wenn das MMB4J schon gestartet hat. Für den Zuschauer, entweder läuft das MMB4J noch oder es wird bald aufgenommen. Also entweder läuft es schon oder es wird bald aufgenommen. Kevin, in sechs Tagen startet das MMB4J. Hm. Also musst du noch sechs Mal heier heier machen. Jetzt wird sich Kevin einfach so sechs Mal schlafen und fragt, startet es bis jetzt. Was mach ich? Wo muss ich lang? Ich will jetzt meine Lucky Blöcke haben. Scheisse. Ich hab... Ja, ich hab ne Lucky... Ähm... Ähm... äh, Chefblade mit Prot1. habe ich auch noch nie das sind die ersten zaun sprünge auch jemand hat das ziel erreicht ich muss jetzt auch nein man erhält ein sieger item tötet tötet mit einschlag jeder nur einmal verwenden okay ich habe jetzt ein item was womit ich einen one hit machen kann das werde ich mir ich hab 18 die jahre ich hoffe es ist eine team runde meine dios sind weg team verboten kevin ja wenn du die in infast gehen die weg system verboten kevin bvb team tut mir leid dass ich dich toten muss der spielmodi ist bei mir immer extrem actionreich kevin weil ich einfach fast dauerhaften kampf bin und wie ist es bei dir so geht gerade so ich habe es jetzt für die geschafft ich habe ich habe ich auch einmal gekillt schon ich bin noch nicht gestorben ja nein ich habe ihn gekillt ich bin aber noch nicht gestorben ich auch noch nicht ja seine rüstung geht kaputt ja okay ohne welchen ich habe bvb team zum ausscheiden gebracht meine rüstung ist noch relativ gut äh ich habe noch mal ein one hit schwert kevin ich bin tot komplett nein ich dachte jetzt du bist schon dreimal gestorben wir dürfen nicht team machen wir nicht so nee ich wollte nur sagen dass du nicht mich nicht verfolgst läufst du da unten ja ich dachte eben du verfolgst mich mich hat einer von unten verfolgt ok 3 negative effekte weakness poison und dinks ok das ist bitter ich werde jetzt schätze ich mein erstes mal gleich sterben ne ok als ob ich noch rein ich muss jetzt campen du musst jetzt alle töten komm schön den habe ich auch ins gesicht gegeben kämpfen ich bin extra auf den gewichen ich musste schauen lauf lauf weg ja lauf zurück ja ja schön weil sonst hätte ich dich angreifen müssen weiter ich will dich jetzt noch nicht töten jetzt sind noch nicht kevin erst später na ich habe ihn gekillt durch meine durch meinen trank ja du hast damit auch getroffen ok ah das warst du ich habe dich jetzt mal gelassen wenn ich dich nicht verfolgen will was ist eigentlich mit sharpness 10 oh ich werde getötet Flo ich weiß nicht ob sich diese sharpness 10 da drauf lohnt Flo 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 hinter mir bitte ok ich bin tot nein er verfolgt dich nicht mehr nein er verfolgt dich nicht mehr ich bin trotzdem tot durch das TNT so ein Arsloch komm Flo Flo die Runde hä die reißt du noch easy ne jetzt werde ich mein erstes mal sterben gleich ich hab 2,5 Herzen er hat trotzdem mehr Rand weg das heißt er hat auch nicht mehr viel 3 Herzen ich schätze er hat jetzt mehr Herzen als ich aber trotzdem auch wenn ich einmal sterbe jeder von denen hat ein Leben und einen davon kann ich One-Hit killen hinter dir kill den One-Hit hast du das gesehen eben alter komm ich warte auf das Hacker huso teamer wer hat haben die geschrieben hm ah ja diesen Speck dann sehen nö lol 14 Minuten dann was ist mit der Runde ich habe gewonnen durch das One-Hit Schwert steht da wie viele Kills ich gemacht hatte nein leider nicht auf jeden Fall es waren viele Kills und haut rein lass nen Like der Wörter gefallen hat tschüss und Kevin macht die Abmoderation tschüss bis zum nächsten Mal abonniert den Kanal ok und tschau tschau